Willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir sind jetzt schon Stufe 19, ihr Lieben. Und ich habe mal geguckt, wir können jetzt gar nicht mehr so lange warten, wenn ich hier die Instanzen noch machen will. Dann sollten wir uns ranhalten. Ich habe jetzt schon mal ausgewählt die Todesminen. Wir werden jetzt einfach mal Gruppe Finden machen. Und ich werde jetzt hier nicht weiter questen. Das bringt mich nur durcheinander. Ich werde jetzt hier stehen bleiben. Eventuell, ja, mal ein bisschen hier entzaubern könnten wir ja eigentlich gerade mal machen. Genau, das machen wir auch gerade. Sollte das mit dem Invite jetzt so lange dauern, oh, die hätte ich gern angezogen, dann werde ich das rausschneiden, damit ihr euch jetzt hier nicht zu Tode langweilt. Was mit dem Gürtel? Nee, den brauche ich nicht. Das ist Leder, brauche ich auch nicht. Was haben wir hier noch? Kette, brauche ich auch nicht. Ah, da will ich jetzt mal gucken. Oh, die ist besser. Die Hose ist... Äh, halt! Scheiße. Ja, die Hose war besser. Verdammt. Okay, das kann weg. Was haben wir hier noch? Kann weg. Schild kann auch weg. Was ist mit den Hosen? Kann auch weg. Den Stock brauche ich nicht. Na, komm, mach mal den Stock. Dann hatten wir ja... Genau, die Rezepte hatten wir gekauft. Die können wir gleich mal erlernen. Der Bogen kann noch raus. Okay, ich glaube, das war es jetzt hier erst mal. Dann werden wir mal die Rezepte lernen. Diesen Gegenstand könnt ihr nicht benutzen. Ach so, ja, nie. Wir haben ja noch... Genau, wir haben ja noch kein Kochen. Ach Gottchen, verdammt. Wie sieht es denn aus hier? Eins von drei. Ja. Sieht schlecht aus, sieht schlecht aus. Na gut, dann werde ich jetzt hier stehen bleiben und wir sehen uns. Dann hoffe ich doch wieder, wenn hier vielleicht ein Invite kommt. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das klappt. Das ist jetzt 23 Uhr, mitten in der Woche. Na gut, na gut, gucken wir mal. Ich gehe derweil noch mal hier was verkaufen, ihr Lieben. So, ihr Lieben, da ist der Invite, die Todesminen. Ich hatte jetzt allerdings die Suchoption noch ein bisschen erweitert mit Burg Schattenfanghöhle des Weglagens. Aber wir gehen jetzt dann mal in die Todesminen. Ich bin sehr gespannt. Oh, die kenne ich allerdings nur heroisch und die war so scheiße. Die habe ich auch nicht geschafft bis zum Ende. So, Tagchen, ihr Lieben. Jetzt muss ich mich erst mal hier wieder sortieren. P, hallo. So, wo ist denn der Tank? Ich muss erst mal gucken. Das ist er nicht. Ramma heißt der Tank. Okay, der Tank ist auf der 3. Okay, Quests annehmen. Quests annehmen, nicht träumen. So, mal gucken. Blutelfe da. Ja, dann mal los, ihr Lieben. Auf in die Todesminen. Ich bin sehr gespannt. Au. Ja, super. Man sollte hier nicht stehen bleiben. Ich merke schon. Ich merke schon. Okay, dann tänk mal an. Und wir machen hier ein bisschen mit. Gut, das war's schon mit ihm. Perfekt. Aber die Gruppe scheint ein bisschen langsamer zu gehen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dann haben wir nämlich mal ein bisschen Zeit, hier mitzumachen. Und nicht wie beim letzten Mal, hier husch husch und ich bin nur noch hinterher gerannt. Okay. Was haben wir hier? Willenskraft? Nein, jetzt. Diesmal werden wir ein bisschen mal auch gucken hier. Ein bisschen Entzaubern machen. So, mein lieber Tank. Ich kenne den Weg nicht. Also wenn ihr den jetzt nicht kennt, dann müssen wir halt suchen. Okay. Ja, tänk mal alles an. Achso, halt. Der Ober-Oger-Häuptling. Nee, wie? Ober-Handlanger. Ach Gott, Entschuldigung. Machen die hier hinter mir eigentlich auch irgendwas? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und wir kriegen jetzt hier schon Bolle. Also da müssten wir mal zusehen, dass wir relativ zackig die Berufe ändern. Ja, ich glaube, die Gruppe gefällt mir ganz gut hier. Das ist ganz cool. Ich werde jetzt nicht darauf achten können, hier mit den Quests. Ich hoffe, die Jungs und Mädels hier. Oh, der war gar nicht so einfach. Traut ihr euch nicht, ihr Süßen? Klubtok? Oder fehlt noch irgendwer? Bin mir gerade nicht sicher. Okay. Was geht, ihr Süßen? Was los? Wollt ihr nicht? Angriff und so? Eins, zwei, drei. Nee, eins, zwei. Nee, eins, zwei, drei. Wo ist denn der Rest hier vom Schützenfest? Was seid ihr denn hier? Ich weiß jetzt gar nicht genau, was der macht hier. Der Gegner. Wollt ihr? Wo muss ich jetzt? Ich hab keine Ahnung. Probedrohung, nicht gut. Ja, ja, Arkane-Kraft, du bist gleich um, mein Freund. Okay, wir schießen jetzt noch Bar. Alles klar. Okay, cool, cool, cool. Stärke brauchen wir nicht, entzaubern. Ja, sehr geil. Okay, der war ja nicht so schwer. Aber wie gesagt, in Heroisch war das hier schon ein ganz anderes Kaliber, ganz ehrlich. So, Hallöchen, guten Tag. Was müssen wir hier tun? Gut, das war's schon. Um, is er. Was ich ein bisschen schade auch finde an diesem Dungeon-Browser, wir sind jetzt in den Todesminen und ich hab eigentlich überhaupt keine Ahnung, wo die genau liegen. Oh, was haben wir hier? Kette, ein Zauber. Müssen wir hier irgendwie die Affen freilassen? Kann das sein? Äh, wir müssen den Feindschnitter töten und Ritzelbrecher. Okay, anscheinend nichts mit den Affen, aber die kann man irgendwie freilassen. Bin ich der Meinung. Ähm, ja, also ich weiß irgendwie gar nicht so recht, wo diese Instanz hier liegt. Können wir denn mal... Ach, jetzt kämpfen die gerade um den Moment. Okay. Ach, da steht ja auch noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Gut, das war's mit ihm. Kette, den Zaubern. Ähm, ich wollte eigentlich mal gucken. Ach, hier sind wir im Dämmerwald irgendwie, alles klar. Stärker brauchen wir nicht. So. Ach, hier ist eine Truhe. Ach Gott, jetzt hab ich's auch gesehen, alles klar. Ja, cool. Da unten gehen wir mal wieder hier raus. Dimm ist langweilig hier vorne. Der macht schon mal alleine weiter ohne Tank. Oh, kann er ja. Gut, dann mal weiter, Fräulein. Ach, das ist mal eine angenehme Gruppe hier. Der Minenhase. Ah ja. Das war's mit dem Minenhase. Hier haben wir einen Zauberstab. Ja, na, na. Den brauche ich natürlich gar nicht. Oh. 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 Und ich denke mal, wenn wir hier durch sind, sind wir mit Sicherheit dann auch schon wieder mordsmegamäßig aufgestiegen. Hinter mir blinkert's noch. Das würde ich dann schon ganz gerne noch looten. Hohe Bedrohung. Schnickschnack. Bedrohung ist völlig überbewertet. Ach, das ist mal eine Gruppe nach meinem Geschmack hier. Ganz ehrlich. Mal hier so ganz komod und in Ruhe und überhaupt und so. Das finde ich gut. So, Miss Jenkins. Was ist hier? Wir müssen hier rein. Komm. Also hier kann ich mich irgendwie erinnern, dass der irgendwie mit irgendwas geworfen hat. Mit Gift oder so. Und da musste man ausweichen oder Bomben oder irgend sowas. Und hier kommt man nicht so nah auf mich zu. Das wäre ganz nett. Leder. Entzaubern. Wo ist denn hier Miss Jenkins? Da. Ja, die traut sich nicht so richtig, aber es macht nichts. Es macht nichts. Wir müssen hier nicht so durchrennen. Ich glaube, jetzt kommt der Helix Ritzelbrecher. Kann das sein? Hier haben wir was fertig. Tötet Admiral Knobel. Ist alles klar? Au. Habt ihr das gesehen? Er hat voll seine Axt nach mir geschmissen. Dummes Stück. Hey, Tigerauge. Machen wir mal hier. Aua. Axt im Kopf. Mhm. Blöd, Mann. Oh ja. Da sitzt er jetzt oben drauf. Ich muss mal jetzt ein bisschen aufpassen, was sich hier am Boden tut. Wie gesagt, ich bin hier nur einmal gewesen, glaube ich. Ja, hier, der schmeißt mir diesen komischen Bomben-Dingern. Da muss man ein bisschen gucken, wo man da so hinrennt. Uh. Ich geh mal hier hinten hin, wo die sind. So, können wir jetzt weitermachen? Ja, können wir. Alles klar. Jo, da ist der Helix Ritzelbrecher. Oh, nicht, 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 nicht. Der hat jetzt sich hier auf irgendeinen, ähm, woher, irgendeinen draufgehockt eben. Hat den übernommen oder sowas in der Art. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier gut stehe. Ja, jetzt hängt er hier auf mir, ey. Macht mir den weg, macht mir den weg. Ich will den nicht, ich will den nicht. Ja, er ist gleich tot. So, cool, nicht in die Bomben. So, was haben wir denn hier? Schwert. Oh, so, cool. Okay, machen wir entzaubern, alles klar. Ja, kommen wir hier nach oben. Alles klar. Alles klar. Dann können wir zum nächsten. Die Todesminen. Nicht so weit nach vorne. Ich sollte nicht immer so übermütig sein.